Ja, hallo und herzlich willkommen zu Bau Deinen X-Wing mit Ausgabe 6. Lange dauert es leider immer, bis ich die Episoden erhalte. Ich bekomme dann immer 4 Stück nachträglich am Stück zugeschickt, da ich ja nun mal stolzer Abonnent bin, aber entscheidend ist ja, dass ich den Krempel bekomme. So, dann wollen wir mal rein, wo es ist. Viele Bauteile sind jetzt auch hier nicht. Wir haben natürlich wieder unser obligatorisches Heft, wo ein bisschen was hier im Bau des Filmsets. So, ein bisschen hier die Kulisse, das ist ja schon nicht schlecht, mal drin zu sitzen, das wäre doch mal, das wäre mal spitze. Hier haben wir ein bisschen Geschichte zu Anakin Skywalker und den Erlebnissen aus Episode 1. Ein schönes Artwork eines Naboo Sternenjägers. Pilotenanzeigen im X-Wing, wie das Cockpit dann später mal aussehen soll, wenn es dann fertig ist. Ja, und hier haben wir die Bauteile, wobei das eigentlich nur das Cockpitgehäuse ist, plus 5 Schrauben und das war es denn hier auch schon. Und naja, das wollen wir mal zusammenbauen. Hier ist das gute Stück, da sind die Schrauben enthalten und das Cockpitgehäuse. Das war es schon. Ne, ist es nicht. Ja, und dann geht es los. Ja, das war es schon. Das waren vier Schrauben, zwei Teile und das relativ große Cockpitteil. Da haben wir hier noch das Kanzel, wo noch eine Scheibe reinkommt. Ja, aber mehr gibt es bei diesem Bauschritt nicht zu tun. Ja, das war kurz und knackig. Trotzdem bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und ja, weiter geht es mit Ausgabe 7. 5 6 6 8 8 8 11 10